Immer weniger Kinder in Rheinland-Pfalz lernen das Schwimmen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Jahresberichts des DLRG hervor, der unserem Sender vorliegt. Demnach haben im vergangenen Jahr nur knapp über 670 Kinder das Seepferdchen gemacht. Das war ein Rückgang von 82 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019, wo noch fast 3760 Kinder das Schwimmabzeichen ergatterten. Auch bei den weiterführenden Schwimmabzeichen sind die Zahlen drastisch eingebrochen. Am Metternicher Moselufer fand am Freitagvormittag eine spektakuläre Übung von Tauchern der Berufsfeuerwehr Koblenz in Zusammenarbeit mit der Polizeihubschrauberstaffel des Landes Rheinland-Pfalz statt. Die Übung diente zur Ausbildung der Taucher und der Piloten gleichermaßen. Wasserrettung stand dabei im Vordergrund. Verkehrsteilnehmer in Koblenz müssen sich am kommenden Montag auf eine zeitweise Vollsperrung der Südbrücke in Richtung Hunsrück einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, beginnt damit die nächste Zwischenbauphase an der B-327. Die Arbeiten unter Vollsperrung beginnen am 3. Mai um 8.30 Uhr am Morgen und enden am Nachmittag um halb vier. Weil auch am Lahnsteiner Stadtwald die Folgen des Klimawandels nicht spurlos vorbeigegangen sind, soll auch hier künftig verstärkt aufgeforstet werden. Nach drei Dürrejahren in Folge musste eine Fläche von knapp 220 Hektar gefällt werden. Aktuell wurde im Lahnsteiner Stadtwald eine Fläche von ca. 3,5 Hektar im Bereich des ehemaligen Forsthauses Wolfsbusch wieder aufgeforstet. Hierbei wurde auf die Baumarten Kirsche, Esskastanie, Baumhasel und Walnuss gesetzt. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de Die